hier habe ich mal wieder eine herr der ringe dvd box das ist herr der ringe die spielfilm trilogie mit die gefährten die zwei türme die rückwürdigsten königs keine ahnung von wann die ist gucken wir gleich mal nach steht da was steht da was steht da was ich sehe nichts ist auch nicht so wird sind halt ja die ganz normale filme mit den ganz normalen covers die auch wenn du die einzeln gekauft hast glaube ich ist nichts großartig besonderes dran ist keine wundervolle mega box auf dem fall nicht so wie die ich davor vorgestellt habe aber ich habe euch die mal gezeigt das ist alles das war meine mission keine ahnung meine unboxing therapie bei youtube geht weiter ich wünsche euch noch einen schönen tag ich werde das ding verlinken wenn es das noch geben sollte ich weiß es nicht die hat auch schon ein paar jahre auf dem buckel wie man sehen kann hier hat sie da schon eine dalle da schon eine dalle stehen halt im schrank rum und man nimmt sie gelegentlich mal raus was wollte ich ihnen sagen ja ihr könnt mir gerne ein like da lassen oder auch nicht könnt gerne meinen kanal abonnieren oder auch nicht was auch immer machen ich wünsche euch noch einen schönen tag bis dann unten 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 unten